naja gut ich bin aufgestiegen ich will beide sachen nicht ich stimme nicht auf das bringt einem natürlich viel mehr ja ich will beide Maps nicht klar der 42er und 53er ist mal wieder im gegnerischen vielleicht sind die auch ein Team können ja trotzdem so unser Team draufrücken ja ich weiß aber nicht wie das gebalanced wird wenn das zum Beispiel so heißt ja Teams werden immer ausgeglichen dann wäre das ja weil wir ein Team sind ja das ist aber nichts ausgeglichenes tja ich weiß nicht wonach die das balancen ist keine gute Balance ja weiß man ja nicht ja was ist denn jetzt hier Team Deathmatch Team Deathmatch Team Deathmatch Team Deathmatch Team الله Team Deathmatch Brooke Team Deathmatch Boah, ist das hell hier. Hallo. Hi. Du läufst in die falsche Richtung. Warum soll da so viele Granaten wieder rüberfliegen? Jetzt drehe ich mich gerade rum und dann kommt der hoch, als wenn das gerochen hätte. Spielverserbarlich gerade. Meidliches Atkommen gesichtet. Ach, Mano. Ich habe einen mit meiner Handgranate gerade getroffen. Und da ist er down. Ich bin hinter dir. Was? Gott. Hab ich mich erschrocken? Boah, hab ich mich auch gerade erschrocken. Ich habe nicht gesehen, dass du getötet wurdest und hat in die andere Richtung geguckt. Bäm. Ja, klar. Von der Granaten bin ich gerade aufgesetzt. Geht zwei Meter. Boom. Alter Falter. Die wollten mich. Zeitliches Atkommen gesichtet. Nein! Ich drehe mich rum und er dreht sich auch rum und dann sind wir aneinander vorbeigelaufen. Und er hatte dann den schnelleren Riecher. Zeitliches Atkommen gesichtet. Ich hatte mal irgendjemanden gesehen, der hatte gesagt, die Sounds bei Call of Duty wären scheiße. Finde ich überhaupt nicht. Finde ich auch nicht. Ich meine ja, die Sounds bei Battlefield 4 haben mehr Wumms bei den Waffen und so. Aber scheiße finde ich die Sounds jetzt nicht. Und realistisch muss das ganze Jahr noch bleiben. Irgendwo. Lol, liegt da die ganze Zeit einer? Die campen hier die ganze Zeit. Ey, was geht ab? Unglaublich, ey. Zwei Leute die ganze Zeit an einer Position am Campen. Alles gut, mein Freund. Das bin ich. Gehen wir mal hier rauf. Ach, da oben drauf. Schon wieder. Ey, das gibt's nicht. Jetzt habe ich es mir aber gemerkt. Pass auf, die sind hier. Wenn du hier direkt aus dem Fenster raus guckst. Das gibt's nicht. Der Typ ist mir die ganze Zeit vor die Nase gelaufen, ey. Wir verlieren Druck. Zeitliches Ankommen gesichtet. Aber keiner. Von hinten, von vorne, von überall. Überall. Hier kommen jetzt gleich welche. Da ist ein Hund. Von hinten, von hinten. Boah. Den habe ich noch gerade erwischt. Nein, 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 nein. Boah ey, ich gehe gerade aus dem Fenster raus und da läuft mir einer entgegen, ey. Ich dachte ich sterbe. Habe ich aber noch gekriegt. Ich glaube hier kann man auch die Tankstelle in die Luft sprengen. Ich mich richtig erinnere. Ach, Mann. Oh, da ist einer runter. Einer runter? Ja. Ja. Einer runter gesprungen. Ja, klar. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät. Verdammt, ey. Mann, ey. Boah. Ich habe. Ich meine, ich kann auch nicht zu spät. Sie finde ich gar nicht. Ich kann nicht, wie ich das nicht mache, ich werde außerhalb. Nein, ich kann nicht zu spät. Ich habe nicht zu spät. Erinnern sie sind. Die Graschen und dann geht es nicht. Aber auf dem einen. Erinnern sie sich nicht zu spät. Erinnern sie sind daughters. Ja, können wir mal machen. Aber dieser Maniac, der ist echt heftig, ey. Hm. Wieder gegen uns. Wer denn? Maniac? Ja, ja. Diesmal aber sowieso nur die ganzen Stachen gegen uns. Ich gucke immer so ein bisschen im Soldaten-Editor rum. Ob ich dann mir irgendwas Neues hole. Ich muss aber mal gucken, was für Operationen ich noch so machen soll, um neue Punkte freizuschalten. Kann man sich ja da so Sachen einstellen. Um schneller zu leveln. Team Deathlatch. So, was ist das denn jetzt? Ach, das ist die Karte. Ja. Die wir auf Herrschaft gespielt hatten. Und gerade eben halt. Oder, beziehungsweise vor ein paar Tagen. Ich bin jetzt mal links rumgegangen. Und werde direkt von hinten ermordet. Wie geht das denn, ey? Wie schnell ist denn der, bitte? Werd' aber sehr schnell nach rechts geguckt, ne? Das war... Boah, auch ich auch von hinten. Wie schnell sind die? Autsch, schon wieder von hinten. Ich glaube, das war sogar wieder derselbe. Meistliches Abkommen gesichtet. Aber das ist gerade die... Tankstelle... Ja, nee, da sind sie schon wieder zu zweit, ey. Ha, ich hab einen von oben geholt. Ich wurde jetzt, glaube ich, dreimal hintereinander immer von demselben Idioten umgebracht. Das gibt's nicht. Und der hockt da oben einfach nur, ne? Ja, der da oben hockt, den hab ich gekriegt. Ja, der steht schon wieder da. Boah, ey, das gibt's nicht. Ich schieß gerade so schlecht. Bah, da kommt einer raus. Nicht einmal getroffen. Ich hab' ein komplettes Magazin in den reingehauen. Pass auf! Pass auf, sagst du. Ich sterbe mit dir. Ja, das konnte ich nicht sehen. Ich weiß nicht, dass der Dreck mit nur zwei Schüssen uns beide killt. Ja, der hat schon mehr als zweimal drauf geschossen. Also bei mir kam der erst gerade mal in unsere Richtung. Hat der erst gerade hingeguckt und zwar mal abgefeuert. Okay, ich war ja dann jetzt auch schon tot, ne? Ja. Weil ich natürlich vor dir gestorben bin. Da ist doch einer. Ach, nö. Da kämpft doch schon wieder so ein kleiner Wixer hier. Aktivität im VIP-Bereich erster Stock. Wo soll das denn sein? Ist das hier? Oh, Vorsicht! Zeitliches Abkommen gesichtet. Ah! Fuck. Da war ein Camper mit nem Hund. Töte ich den Camper glücklicherweise. Wieso kommt der Hund und tötet mich? Ja. Gott, so schnell kann man nicht reagieren, ey. Wieder von allen Seiten, ey. Keine Chance. Da waren drei oder vier Leute um mich rum. Egal wo ich hingerannt wäre, ich wäre draufgegangen. Da kämpft doch schon wieder einer, ey. Ich glaube, wir wechseln danach mal die Lobby so ein bisschen. Ja. Weil die campen hier so ein bisschen arg viel. 3 zu 10 Stuts. Er geht bei dem blauen Schuss! Das ist nicht meine Runde, ey. Das ist... Das ist jetzt, äh... Für mich nur noch irgendwie... Aushalten. Ja. Ah! Boah! Von allen Seiten wieder. Vorne, hinten, links, rechts. Ich kann irgendwie gerade nicht richtig zielen, ey. Ich weiß ja nicht, was los ist. Aber ich ziehe die ganze Zeit daneben. Achtung! Feindliche Vorreise! Ich bin gerade... Zu dumm zum Zielen. Feindliches Abkommen gesichtet. Und ich bin natürlich auch zu dumm zum Campen, aber ich mag es einfach nicht, irgendwo nur rumzusitzen. Wir verlieren Druck! Bäm, was war das denn? Äh... Vielleicht eine Abschuss... Äh, äh, Belohnung? Äh... Das gibt's doch nicht, ey. Wo? Von wo? Ach, der hat auf den anderen geschossen und mich noch mitgenommen. Hey, da sitzt einer wirklich die ganze Zeit nur oben in diesem blöden Haus, ne? Dieser Maniak-Köller da, der sitzt auch nur da oben rum. Keine Ahnung, wie der heißt. Achte ich nicht drauf. Ich drücke immer direkt F, damit ich wieder reinkomme. Aber irgendeiner ist da wirklich... 24 Stunden... Oben in diesem blöden... Haus drin. Ja, ich war letzter Abschuss. Ja, ich war letzter Abschuss. Alles nur am Campen. Hm. Ah, ich bin auch noch die Letzte. Ne, du. Ich war letzter Abschuss, ja, ja. Boah. Ja, ne. 5 zu 17, ey. Das war zu viel rumgecampt. Ja. Definitiv. Huh. Definitiv. Oben. 5 zu 17, ey. carb看. 6 zu 18, ey. Lebivalu Else. Wir machen die chordische直диhe. าhלים. Mann. Säge. Wie much